hallo mein kraft willkommen zurück zum hermit pack joh es ist ein update gemacht worden auf die 1 2 1 glaube ich und da stand eben dass irgendwie die charco lefthild ich bin ich gerade mal ich kann mal gucken kohle 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 hier fällt was gibt es doch noch wir waren letztes mal stehen geblieben als wir hier unsere brücke gebaut haben ich sollte hier vielleicht auch mal gleich hier bisschen die ebene machen weil wir immer da hoch springen hallo mal schlafen bitte danke ja inzwischen ist auch noch ein weiteres projekt gestartet ihr habt es wahrscheinlich gesehen das 4pillar projekt ganz coole sache schau doch einfach mal rein wenn es euch interessiert nein nicht vorbinder was erzähle ich denn wird es auch noch mal so spielen wir gerade noch mal Wir sollten uns noch hier rumkümmern. Das ist diese komische Erde, die irgendwie bewächst. Und nicht wachsen kann. Das ist die normale, okay. Ihr seht einen ganz leichten Texturunterschied. Apropos Texturunterschied, ich warte immer noch auf Texturen-Vorschläge von euch. Wenn ihr was habt, schreibt es in die Kommentare. Ihr dürft mir auch privat schreiben, mir alles wusst. Hauptsache ich krieg demnächst irgendeinen Texturen-Pack. Ich mach jetzt hier grad mal bis dahin. Und dann muss das jetzt erstmal reißen. Dann kann es mal grün werden. Und ich denke, wir kümmern uns nochmal um die Brücke. Aber wir haben, glaube ich, gar kein Stein mehr. Ah, doch hier haben wir noch Koppel. Aber ich brauche noch mehr, ich muss hier noch ein bisschen was brennen. Sonst reicht das einfach nicht. Eisen haben wir noch ein bisschen. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das ist das, wo wir jetzt haben. Das war's. Das war's. Konstrukt hatte ich noch die Überlegung, bzw. ich hatte ja auch mit ShadowTSS gesprochen. Minecraft. Was ist das? Action Edition. Ah, guck mal hier. Man kann den schon irgendwie machen. Also, es geht. Aber nur, nur die Werkzeuge. Ne. Hä? Ich kann hier einen Pickaxe-Head machen. Warte mal, gib doch mal ein Petron ein. Da sind sie doch. Doch. Aber wie kriege ich die hin? Wie kann ich, wie kann ich genau die Pattern hinkriegen? Ähm, Creating Pattern. Ähm, er hat noch irgendwas gesagt von Pattern. Okay, also es gibt, es gibt auf jeden Fall eine. Okay, dann können wir damit vielleicht doch mal anfangen. Kriegen wir das vielleicht doch noch irgendwie gebacken. Müssen wir erst noch ein bisschen Cobblestone sammeln. Für die Brücke. Die Brücke. Das war knapp. Wie immer bei mir. Suppter. Das war knapp. Die Brücke. Sieh. 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 Es nimmt so langsam Gestalt dann, ja, wirklich langsam, aber was lange wird, wird endlich gut, hoffe ich am Ende. Okay. Wir können hier sogar relativ ungestört arbeiten, obwohl Nacht ist, zumindest im Moment, hoffen wir, es bleibt so. Momentan haben wir sogar auch noch ein bisschen Platz. Und dann machen wir uns eine Tinkers Spitzage, ich sag's euch. Ne, ich glaub nicht, dass die noch reichen wird, um hier das Zeug voll abzubauen. Ne, auf keinen Fall. So. Oh, ich hab nichts mehr zu essen. Gut. Also, wir brauchen Holz. So. 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 was ist das Toolstation brauchen wir Park Builder Jawohl Stencil Table und Pattern Pattern Chest ein Pattern außenrum Holz Ok Ich glaube das war es im Moment schon Was haben wir denn hier noch drin Iron Molten Iron Machen wir das hier hin Achso, ne, das war die Pattern Chest Toolstation Ok, da müssen wir das Zeug drin machen Jawohl Jawohl Das brauchen wir, glaube ich, auch für eine Axt Achso, wir müssen ja das noch Das war jetzt ein bisschen ungeschickt, wir müssen ja noch Ähm, das für die anderen Sachen machen Ich mache jetzt hier einfach mal jede Schablone Kurz Der Hammer Oh, der Hammer Wie geil Ähm, X-Binding Was brauchen wir denn noch Excavator Excavator ist auch toll Und Dann weiß ich nicht mehr weiter Das machen wir auch nochmal Das hauen wir jetzt alles mal hier rein So Ja Und jetzt, was brauchte ich jetzt noch Wir müssen das Brass machen, gell Glaube ich Das ist richtig Aber ich habe kein Aluminium Tin Brass Ne, nicht Brass Ähm Wie heißt denn denn Das hier Playcast Mold Gold Das geht mit Gold Das sind ja alle Einfach mit Gold Okay Gold haben wir ein bisschen was Schmelz mal einfach mal alles ein Dann brauchen wir noch Stein Haben wir auch Zack Und Zack Weil wir müssen erst die ganzen Schablonen erstmal aus Holz machen Ja, aus Stein machen Bevor wir die aus dem Gold machen können Wir brauchen einmal So, Vorlagen Noch mal sind hier Ingots drin Ingots Eier können da rein Aber Ingots nie Nicht Ingots können hier rein Genauso wie das hier auch Und das Was haben wir hier Geht der Chisel nicht mehr Doch, aber der hat keine Textur Ich wollte gerade sagen Ich wollte gerade sagen Ich hatte doch ein Da ist ja noch Da ist ja noch viel Zeug Weil ich habe gerade ein Ender gesucht Also das Schab Ich dachte, hä, davon hast du doch welche Essen tun wir gleich mal wieder runter Essen tun wir runter Da haben wir gesagt Und das lassen wir hier Leder Leder Vielleicht reicht's Sieht gut aus Sieht sehr gut aus Warum machen wir auch mal runter Warum hier oben nicht Irgendwann noch ein Ingots Elektrik Und Essen Das kommt da rein Das auch Reis kommt runter Seeds rein Was können da oben noch ein Bienen Zeugs Das da Baumwolle Saplings Das da Wohle Da rein Und jetzt was haben wir hier noch Ein Essen Coffee Beans Ja, Melon Reißsam Ich glaube, jetzt haben wir gerade gut aufgeräumt Oder Ja, würde ich schon behaupten Ja, ich glaube, es ist drin Da kann man glaube ich sieht es drin Radio Zit Pizza Die Queens kann ich ja nicht essen, glaube ich Tog mal da rein Pompkinstor Die Pompkinstor mal zu den Seeds potat davon brennen wir uns mal ein paar ihr wisst ja meine lieblingsspeise und diesen sagt noch mal da rein das gold geschmolzen ist ja ich weiß nicht so also dass sie rein dann muss man noch kurz gucken was oben ist das oberste wird glaube ich verbreiten oder das unterste ich glaube das unterste geht nicht vielleicht auch das oberste geht es nicht geht es nicht ich muss doch das erste casting machen wie geht denn das und das zu machen ja wie kriege ich einen guten pickaxe hat ich kann doch kein holz rein machen ja ja ich glaube ich habe verstanden ich will einfach nicht so lange machen 25 minuten ich werde jetzt wahrscheinlich am anfang das dieses komische abbauen hier werde ich ein bisschen beschleunigen dass wir ein bisschen von der zeit runter kommen und dann bedanke ich mich bei euch für das zuschauen bis zum nächsten mal ciao minecraft ich